Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Infovideo wieder mit dabei seid. Heute geht es wieder um das Thema WhatsApp-Abzocke. Die Masche, die wir schon in der letzten Woche hatten, zieht sich fort. Über 500.000 Euro Schaden allein in Hamburg. Polizei warnt vor extrem erfolgreicher WhatsApp-Masche. Die modernen Kommunikationsmittel bieten jede Menge neue Möglichkeiten. Leider auch für Kriminelle. Eine bekannte Betrugsmasche wird bei WhatsApp leider aktuell wieder sehr erfolgreich. Schnell mit den Freunden quatschen, Bilder mit der Familie teilen und ein kurzes Videotelefonat mit den Kindern. WhatsApp ist bei den Deutschen wegen seiner vielseitigen Kommunikationsmöglichkeit sehr beliebt. Doch dass selbst die Großeltern mittlerweile selbstverständlich den Dienst nutzen, macht ihn auch zur Gefahr. Der Enkeltrick feiert über WhatsApp gerade ein großes Comeback. Das zeigen zahlreiche Warnungen der Polizei in ganz Deutschland. Jeden Tag melden die Behörden quer durchs Land neue Betroffene. Wie groß das Ausmaß wirklich ist, ist kaum zu sagen. In der Metropole Hamburg meldeten die Behörden vor wenigen Wochen einen Schaden von über 500.000 Euro. Alleine in diesem Jahr. So gehen die Kriminellen vor. Obwohl der Inhalt der Nachrichten variiert, ist das Vorgehen stets das gleiche. Die Betrüger geben sich als Kinder, Enkel oder Neffen der Opfer aus und behaupten, nun eine neue Nummer zu haben. Die Anrede ist persönlich, wie etwa Hi Papa. Namen werden vermieden. Oft sind die Nachrichten mit Emojis gespickt. Nach einer Antwort des Opfers geht es dann schnell ums Eingemachte. Mal wird eine Autopanne vorgetäuscht, mal reicht das Geld nicht für die Miete oder das Online-Banking funktioniert nicht. Die Opfer sollen aushelfen, indem sie das Portemonnaie öffnen. Leider scheinen immer noch viele Menschen darauf hereinzufallen. Vor allem Ältere werden Opfer. Von den 83 im letzten Quartal angezeigten Fällen waren 26 erfolgreich. So zumindest die Polizei. Bei vielen der Opfer bleibt es nicht bei einem Betrug. Waren die Täter erfolgreich, versuchen sie es. Bei den Betroffenen immer wieder. Das LKA nannte im März verschiedene Methoden, sich vor den Betrugsversuchen zu schützen. Meldet sich eine unbekannte Person, ist demnach grundsätzlich Skepsis ratsam. Aufforderungen der Chatpartner, die alte Nummer zu löschen, sollten auf keinen Fall nachgegeben werden. Dem neuen Kontakt sollte man keinerlei Informationen und erst recht kein Geld zukommen lassen. Wenn klar ist, dass es sich hier um einen Betrüger handelt, ist es ratsam, sich direkt von diesem Gespräch Screenshots zu machen. Also Bildschirmabgriffe. Hier ist das natürlich von Gerät zu Gerät unterschiedlich, wie das Ganze funktioniert. Die Screenshots kann man direkt der Polizei übergeben. Die Rufnummer, mit der ihr angeschrieben werdet, sollte man direkt blockieren. Um es den Betrügern schwer zu machen, kann man zudem einige weitere Maßnahmen vornehmen. So lassen sich bei WhatsApp das Profilbild und der Online-Status vor Personen verbergen, die man nicht selbst als Kontakt gespeichert hat. So ist es für die Betrüger schwerer, das eigene Alter einzuschätzen, da die Täter oft auf öffentlich zugängliche Daten zugreifen, um ihre Opfer auszuwählen. Ist es zudem ratsam, die eigene Nummer nicht im Internet zu veröffentlichen. Also damit ist auch gemeint, bloß nicht die Telefonnummer bei Facebook und Co. im Profil hinterlegen. Es ist schon Wahnsinn, was sich die Betrüger alles einfallen lassen, um irgendwie an euer Geld zu kommen. Eins sollte man sich immer im Hinterkopf behalten. Sobald sich eine fremde Nummer bei euch meldet, ignoriert dies. Man kann natürlich, wenn es erstmal eine WhatsApp-Nachricht ist, kurz reinschauen, ob es irgendetwas Wichtiges ist. Es kann ja tatsächlich ein Familienmitglied sein, das in Not geraten ist. Doch hier sollte man immer auf die Variante des Anrufs zurückgreifen. Denn, tja, alles nur im Chat zu regeln, ist dann doch nicht die einfachste Möglichkeit oder die sicherste Möglichkeit. Hier sollte man immer darauf bestehen, spätestens, wenn es nun irgendwie ums Geld geht, dass man sich gegenseitig anruft. Denn nur so könnt ihr auch sicher sein, dass die Person auch die Person ist, die dahinter steckt. Und wie ich bereits erwähnt habe, ist es schon sinnvoll, sein Profil nicht für die Öffentlichkeit einsehbar zu machen. Im WhatsApp-Messenger kann man hier viele Einstellungen vornehmen, die die Privatsphäre und den Datenschutz betreffen. Grundsätzlich sollte man alles, was fremde Menschen betrifft, also Menschen, die nicht im eigenen Handy gespeichert sind, ja, sollte man möglichst schwer machen, irgendwelche Informationen über einen herauszubekommen. Zum Beispiel keine Bilder von der Familie, keine eigenen Bilder reinladen. Denn vielleicht nutzt man in Zukunft einfach nur noch irgendwelche Synonymbilder, die für einen stehen. Wie zum Beispiel die Bilder, die ich hier in den Videos verwende. Möglichst passend zum Thema, ein Telefon reingepackt. Bei euch privat könnte es zum Beispiel auch ein Emoji sein. Wie man das zum Beispiel bei Apple einrichten kann, kann man ja auch ganz nett und bequem so ein Emoji für sich einrichten, dass man dann einfach nur ein Emoji im Profilbild hat. Ansonsten empfiehlt es sich aber auf jeden Fall, alles auf privat zu stellen und wirklich nur die privaten oder den eigenen Kontakt aus dem Handy den Zugriff zu gewähren. Alle anderen kann man in WhatsApp grundsätzlich ausschließen, dass man nicht gefunden und auch nicht angezeigt wird. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem kleinen Infovideo wieder ein kleines bisschen weiter aufklären konnte und dass niemand von euch oder eurem Umfeld auf diese oder eine andere Masche hereinfällt. Informiert alle in eurer Umgebung, dass es diese Maschen gibt. Umso mehr Menschen wir gemeinsam darüber aufklären, umso weniger Menschen werden von diesen gemeinen Maschen betroffen sein. Klar ist, dass wir nicht immer alle schützen können. Und klar ist auch, dass wir nie alle verstehen werden, wie man auf so etwas hereinfallen kann. Allerdings gibt es sie, die Opfer. Teilt daher sehr gerne meine Videos auf den sozialen Medien oder direkt im Chat mit eurem Umfeld. Wenn euch das Video gefallen oder sogar weitergeholfen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere gerne den Kanal, wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Am besten mit Glocke, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn es etwas Neues auf diesem Kanal gibt. Wenn du magst, dann klicke doch gerne noch auf das letzte Video oder schau dir doch gleich die komplette Playlist an. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Ciao.